Von Zeit zu Zeit taucht die Frage nach dem Sinn des Lebens in meinem Inneren auf. Als Christ glaube ich, dass dieser Sinn tief in der Beziehung zu Gott verwurzelt ist. Mein Leben ist eine Reise, die von seiner Hand gelenkt wird und jede Erfahrung, sei sie freudig oder schmerzhaft, trägt dazu bei, meinen Glauben zu formen und zu stärken. Ich finde Trost und Richtung in den Worten der Bibel und im Gebet. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass Liebe, die Liebe zu Gott, zu meiner Familie, zu meinen Freunden und auch zu Fremden die Motivation meiner Handlungen ist. In Momenten der Stille, in der Gemeinschaft mit anderen und im Dienst an denen, die Hilfe brauchen, finde ich einen Sinn in meinem Dasein. Mein Leben ist ein Geschenk und ich fühle mich berufen, dieses Geschenk in einer Weise zu nutzen, die Gott ehrt und die Welt um mich herum ein kleines bisschen besser macht. Was ist die Welt? Was ist die Welt? Vielen Dank.